Leute, wir sind nur noch 50.000 Abonnenten entfernt von den 300.000. Alles, worum ich euch bitte ist, like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Es würde mir sehr helfen. Danke. Ah, Wasser essen schmeckt. Was geht, was geht, Banana Gang? Wie du sicherlich weißt, und ich weiß, dass du es weißt, weil ich es weiß, dass du es... Halt die Rette! Okay, okay, du weißt ja bestimmt, dass ich ein PC-Spieler bin und mit Maus und Tastatur Fortnite spiele. Heute dachte ich mir aber, dass ich 24 Stunden lang wie ein Controller-Pro trainiere und mit dem Controller sogar spielen muss. Mein Ziel ist es, mindestens 10 Kills zu schaffen oder einen Sieg. Wenn du an mich glaubst, dann like jetzt das Video, weil ich like-heil bin. Und wenn du nicht an mich glaubst, ja, dann, Bruder, dann, puh, keine Ahnung, Mann. Ja, keine Ahnung, was dann? Ja, passiert nichts, ne? Wenn du mich unterstützen möchtest, dann trag jetzt meinen Creator Code Brexit-YT im Itemshop ein. Denn, Jungs und Mädels, ich brauche neue Unterhosen und ja, tragt ihn einfach rein. Immerhin bin ich ehrlich zu euch. Vielen Dank an jeden, der ihn einträgt. So, Leute, das ist mein erstes Mal gerade wirklich mit dem Controller. Oh mein Gott, ist das schwer. Wie viele Tasten muss ich hier denn drücken, Alter? Okay, eigentlich spiele ich nur FIFA oder GTA mit dem Controller. Das sind die einzigen Spiele, die ich mache mit Controller, ey. Oh mein Gott, oh nein! Boah, so langsam habe ich's. Wuhu! Alter, bin ich schnell geworden, ey. Oha, das ist ja voll leicht jetzt. Dann let's go, die erste Runde mit dem Controller. Oh mein Gott, die erste Runde mit dem Controller, ich bin so kacke. Nein, lass mich in Ruhe. Der ist hier reingelaufen. Wo ist der hin? Da ist er. Oh, easy peasy, lemon squeezy. Alles klar, von wo kommst du denn jetzt? What's up, fuckers? Oh, oh, was ist mit dir falsch, Alter? Da war da noch einer. Irgendwo ist noch einer. Hä, wo ist der hin? Nein! Oh, Alter, was ist denn los? Einmal rauskommen da, bitte. Dann spreng ich den ganzen Laden hier in die Luft. Aber ich spreng den schon. Fuck! Fuck! Oh nein! Oh! Nein! Ich kann nicht bauen, weil das so hektisch ist. Zu viele Knöpfe. Easy peasy. Ich kann bauen, ich wollte nur nicht. Extra. Guck dir den an. Oh nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, nein, ich bin tot. Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Geh weg! Oh nein! Wollte da einer meine Kiste klauen? Ne, 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 mein lieber Blue Shield, hilft dir da auch nicht. So. Das nehme ich mal weg von dir. So, jetzt spreng ich den Laden hier mal in die Luft. Hallo! Hui! Fußballskin! Schwitzerskin! Oh, Glück gehabt! Oh mein Gott! Ähm, hallo? Alter, dieses Auto-Aim. Guck mal, wie er da guckt. Alter, dieses Aim-Assist ist krass auf dem Controller. Oh! Chill, 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 chill! Ich muss bauen, ich muss bauen. Beruhig dich. Beruhig dich. Wo ist mein Aim-Assist? Aim-Assist! Lass mich nicht hängen! Oh, wo ist Aim-Assist? Ich habe keinen Aim-Assist. Alles klar. Ciao. Ich habe die Controller-Settings von Lecce jetzt mal übernommen. Und mal schauen, ob ich eine Runde gewinne, Alter. Ich habe das Game in der Hand, wie ein Controller. Oh, da ist einer. Easy! Uiuiuiuiui. Ich kann einfach nicht bauen und gleichzeitig schießen. Wie machen die das? Alter, war das knapp. Wie machen das alle Controller-Spieler? Okay, ich habe die ganze Zeit nur Spaß gemacht. Eigentlich bin ich voll der Pumokontroller. Pass auf, ich zeige euch das jetzt. Oh! Guckt ihr das an jetzt. Guckt ihr meine Baukünd... Warte. Oh mein Gott, nein. Wer hat mich gesehen? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Chill, chill, chill. Boah, ich bin der schnellste Bauer. Guckt ihr das an, der hat mich zugebaut. Nimm das, Junge. Oh, Alter, dieses Amos ist... Ich bin tot. Er ist weg. Okay, Leute, es leben nicht mehr so viele Leute. Da ist einer. Uh! Nimm das. Goblin-Selfie, was geht. Okay, Leute, es leben nur noch zwei Leute. Das ist meine Runde. Ich fuck den mal ab ein bisschen. Ja. Oh, oh. Ich habe ihn zu sehr ab. Wer ist das? Hallo? Oh, oh. Oh nein, hier ist einer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott. Nein. Gewinn, gewinn. Komm schon. Ja, natürlich hast du diese Pump. Alles klar. Nach langem Zocken. Nach langem Verlieren. Nach langem Nicht-Aimen. Wurde es Zeit, dass ich mir eine Aim-Map besorge, die nur für Controller ist. Nach langer, langer, langer Suche haben wir endlich eine gefunden. So, Leute, das ist angeblich die Map von Mongral. Hä? Warte mal, Mongral ist doch PC-Spieler. Sing, 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 sing. Hä? Egal, wir machen das jetzt einfach. Wie peinlich. So, dann würde ich sagen, los geht's, Jungs, ne? Boah, langsam hab ich's drauf, Jungs. Wer ist Lechi? Wer ist Arian? Jetzt kommt Braxis mit dem Controller. Guckt euch das an, Alter. Nach gefühlt 100 Stunden Training hier, ne? Muss ich echt sagen, Leute. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch scheiße. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Guckt euch das an. Ich krieg's nicht hin. Was mach ich falsch, Alter? Äh, was macht er da? Hallo? Ja, jetzt bist du tot, ne? Nächstes Mal nicht so stehenbleiben. Da ist grad einer reingelaufen. Oh, der ist auf dem Dach? Yo, Outrame, ich liebe dich so, ne? Alter. Oh mein Gott. Hier ist einer. Ich hör den. Seht ihr das? Da ist einer, da ist einer. Der muss gleich runterkommen. Da kommt vielleicht runter. Da ist er. Weihnachtsbaum. Eins, zwei, drei. Der hat ne Skar. Ich hab das Gefühl, dass ich gleich Probleme kriege. Ja? Willst du kämpfen? Komm. Komm kämpfen, Junge. Komm. Okay, warte ganz kurz. Ich muss kurz nachladen. Warte. Komm, weiter geht's, Junge. Hab ich den weggelasert? Wow, 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 wow. Junge, schreck mich doch nicht so. Herzinfarkt. Irgendwo ist hier eine und wir haben schon fünf Kills. Wir brauchen zehn, um die Mission abzuschließen. Da ist einer. Oh nein, er baut Scheiße. Nein. Ich kann nicht bauen und schießen gleichzeitig. Das geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Nein, 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 nein. Komm schon, bitte sei mein sechster Kill. Ja, keine Chance. Okay, okay, wir müssen ruhig bleiben, Leute. Es fehlen nur noch vier Kills. Yo. Ey, wie Controller-Spieler. Ich hab so Respekt für euch, ne? Ich hab so krassen Respekt für euch. Ja, natürlich. Guck mal, wie kann man so eine Pump haben? Wie geht das? Woher hast du die? Jungs und Mädels, ich hab eine richtig gute Idee jetzt. Oh, da ist schon der erste. Boah, bleibt doch mal stehen. Endlich, ey. Puiuiuiui. Was macht er denn da auf dem Boot, Alter? Es ist viel schwieriger, auf einem Boot zu schießen mit dem Controller. Oh, nein, nein, nein. Der kommt doch nicht zu mir, oder? Der kommt zu mir, der kommt zu mir, oder? Ja, der kommt zu mir. Ey, Mensch, jetzt, wo bist du? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Er hat die Tommy gar natürlich, Mann. Okay, Leute, ich hab eine viel bessere Idee. Was willst du an meinem Haus? Geh mal weg hier, ey. Ja. Das hast du davon, Junge. So, was ist hier drin? Schnell, 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 schnell. Ich glaube, ich spiele nur noch Controller, ey. Das ist ja mega. Guckt euch mal den da oben an, Alter. Er schießt schon. Ich hab nicht, Alter. Dieser Aim Assist. So langsam werde ich der beste Controller-Spieler. Hab ich da gerade jemanden gesehen? Da ist doch einer. Doch, da ist er, guck. Komm schon, komm schon, mein vierter Kill. Aim Assist ist so geil, Alter. Ohne Witz. Viele sagen, Aim Assist ist zurück, aber für einen, der das erste Mal mit Controller spielt. Das ist so krank geil. Das ist einfach so krank geil mit Aim Assist. Oh mein Gott. Und? Und? Fünfter Kill. Nice. Da ist noch einer. Sechster Kill. Noch vier Kills. Oh mein Gott, Leute. Noch ein Kill. Sieben Kills. Wir brauchen noch drei. Oh nein, die Zone. Nein, 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 nein. Warte mal. Da schwimmt doch einer. Da schwimmt doch einer. Komm schon, sei mein achtter Kill. Bitte. Ey, Mist, jetzt wo bist du? Oh mein Gott. Acht Kills. Es fehlen noch zwei Kills. Da ist doch einer. Da ist einer. Fischi. Was macht Fischi da? Ich kann nicht bauen. Ich kann nicht bauen und schießen. Das geht einfach nicht. Was macht Fischi? Wo ist er hin? Hä? Da war doch gerade hier. Da oben ist er. Komm her, Fischi. Neun Kills. Konzentrieren, konzentrieren. Da hinten. Guckt euch den an. Guckt euch den an. Ein bisschen abfucken. Er ist da. Nein, nein, nein. Ich habe ihn abgefuckt. Das war ich. Scheiße. Hat er mich gesehen? Komm schon. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Zehn Kills, Jungs und Mädels. Komm schon. Erdits Kills. Da ist einer. Da ist einer. Digga. Elf Kills. Jetzt nur noch den Sieg. Nur noch den Sieg. Komm schon. Ich muss hier abhauen. Der ist vor mir. Einer ist vor mir. Wer ist hinter mir? Nein, 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 nein. Komm schon. Nein. Egal, egal. Wir haben zehn Kills. Elf sogar. Oh mein Gott. Nice. entschuldigen Sieg. よう 退uera. Bis zum nächsten Mal.